In diesem Video verrate ich dir, welche Projekte ich in den letzten Tagen so nachgekauft habe. Und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Ja Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Was ist das hier bitte für ein Bild? Es sieht wieder grün aus in den Portfolios auf 24 Stunden Sicht, aber nicht nur auf die letzten 24 Stunden, sondern auch auf die letzte Woche gesehen, können hier einige Altcoins sehr, sehr starke Zuwächse verzeichnen. Insgesamt sieht es auf CoinMarketCap wieder grün aus bei so dem ein oder anderen Projekt. Und sogar in den Nischen fängt es an, dass hier aus durchgehend roten Zahlen wieder einige Projekte im grünen Bereich sind. Und wir haben trotzdem im Markt immer noch die Angst. Und historisch gesehen ist das hier immer die beste Zeit gewesen, wo es sich gelohnt hat, Projekte nachzukaufen. Und ich habe natürlich auch in letzter Zeit einige Projekte nachgekauft, die ich jetzt mal hier in diesem Video durchgehen möchte. Bevor wir ins Video rein starten, tut mir einen Gefallen, drückt einmal auf den Daumen nach oben, denn damit unterstützt ihr mich extrem. Denn so funktioniert der YouTube-Algorithmus. Je mehr Likes dein Video hat, desto mehr Leuten werden diese Videos auch angezeigt. Und diejenigen, die die extra Meile gehen möchten, lasst mir gerne einen netten Kommentar da. Ich lese mir alle Kommentare durch. Und wenn du Lust hast, tagtäglich News und Content zum Kryptomarkt zu bekommen, lass auch gerne ein Abo da. Aktuell läuft noch das 15.000 Abonnenten-Special, wo ich insgesamt 1.500 US-Dollar an euch verschenke. Und das Einzige, was du dafür tun musst, um daran teilzunehmen, ist, dieses Video zu liken, ein Abo dazulassen und einen netten Kommentar zu schreiben, plus deine persönliche Solana-Wallet-Adresse. Denn die Auslosung erfolgt in Solana. Und am Ende dieses Videos werden wir natürlich wieder den Gewinner von gestern ziehen. Gehen wir jetzt direkt mal in das Thema rein mit dem ersten Projekt, welches ich persönlich nachgekauft habe. Und das ist BitTensor. BitTensor habe ich sogar mehrere Male jetzt in den letzten Tagen nachgekauft. Das erste Mal mal richtig groß, als hier BitTensor unter 200 US-Dollar gefallen ist. Ich meine auf 187,50 Dollar. Dort habe ich meine aktuelle Position um 50% erhöht. Und auch gestern habe ich nochmals hier BitTensor nachgekauft. Ich will auch gar nicht so ins Detail gehen, was BitTensor angeht. Jeder von euch kennt dieses Projekt. Die meisten werden BitTensor auch im Portfolio haben. Und ich sehe bei BitTensor gerade für den kommenden Bullrun erhebliches Potenzial. Und ich habe sogar bei 700 Dollar BitTensor damals nachgekauft. Ich bin das erste Mal in das Projekt eingestiegen bei 150 US-Dollar. Und habe hier auf dem Weg nach oben sogar DCA betrieben. Dann habe ich etwas gewartet. Und jetzt habe ich massivst nochmal nachgekauft. Ich bin aktuell noch leicht unter Wasser bei BitTensor. Aber ich sehe bei BitTensor wesentlich mehr als das letzte All-Time-Hire. Also hier vierstellige Kurse im kommenden Bullrun sehe ich als absolut realistisch an. Nächstes Projekt, Render, auch bei eigentlich jedem hier bekannt. Brauche ich auch nicht großartig darauf eingehen. Sehr, sehr viele deutschsprachige Krypto-YouTuber sprechen über das Projekt. Und gerade auch im AI-Hype hat Render ordentlich zünden können. Jetzt natürlich diese Korrektur vom All-Time-High insgesamt 65,8% Verlust. Und ich sehe persönlich die aktuellen Kurse unter 5 Dollar als wahrhaftiges Geschenk an. Und ich bin auch in einem der letzten Videos, insbesondere dem letzten Altcoin-Video, darauf eingegangen, was ich persönlich für Kursziele bei Render habe. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke es gerne mal oben in der Infobox, gerne mal anschauen, bin ich auf viele Projekte eingegangen, wo ich auf meine persönlichen Preis- und Kursziele dann auch eingegangen bin und wie ich mich zukünftig verhalte. Denn 1,8 Milliarden US-Dollar Market Cap ist nicht unbedingt hoch. Genauso wie bei BitTensor. 2 Milliarden US-Dollar Market Cap. Das sind sehr geringe Marktkapitalisierungen, die diese beiden Projekte haben. Ja, wir reden hier von High Caps, aber sind wir mal ganz ehrlich. Wir hatten bei Render eine All-Time-High Market Cap von insgesamt hier 5 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, alleine bis dorthin haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Und darüber hinaus ist ebenfalls noch sehr, sehr viel Upside. Im letzten Bullenmarkt hatte Cardano eine Marktkapitalisierung von 95 Milliarden US-Dollar. Und nicht nur Cardano, sondern ganz viele andere High Caps hatten dort extrem hohe Marktkapitalisierung. Ja, wir haben mittlerweile weitaus mehr Projekte als damals. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, dass solche Projekte wie hier auch Render erneut von diesem nächsten Hype auch profitieren werden. Weil das sind erst mal die Projekte, wo das frische Geld dann auch wieder reinfließen wird, wo das dumme Geld erst wieder reinfließen wird. Und dann geht das später in die Low Caps, in die Micro Caps. Aber erst mal werden diese größeren Projekte davon profitieren. Und ich sehe Render auch ganz weit vorne. Nächstes Projekt LCX. Ewigkeiten schon in meinem persönlichen Portfolio gewesen. Ich habe LCX unter 4 Cent das erste Mal gekauft und dann auch gar nicht mehr nachinvestiert. Und letztens habe ich mir gesagt, gut, jetzt kaufe ich nochmal LCX nach, da wir doch eine erhebliche Korrektur gesehen haben. Wir hatten hier ein High dieses Jahr von 37 Cent und liegen jetzt aktuell bei 13 Cent. Das bedeutet mehr als 100 Prozent alleine bis zum High diesen Jahres. Und ich sehe bei LCX noch viel mehr Luft nach oben. Also LCX ist für mich persönlich eines der Projekte, welches komplett unterbewertet ist. Und vor allem ein Projekt, was ein perfekter Beweis für das ist, was ich immer wieder sage. Dass wir am Kryptomarkt lediglich Hypes und Narrativen handeln. Wir handeln noch keine realen Anwendungen. Denn LCX ist ein reales Anwendungsprodukt. Wir haben hier eine ganze Exchange. Ich habe damals auch mal ein ausführliches Video über LCX gemacht. Ich verlinke es gerne mal oben in der Infobox. Ist schon ein bisschen älter. Dort sehe ich auch ein bisschen anders aus. Meine Haare sehen anders aus. Und mein Setup sieht anders aus, aber darum geht es gar nicht. Es geht ja in diesem Video darum, LCX kennenzulernen. Und da bin ich auch darauf eingegangen, was ich persönlich für ein Potenzial bei LCX sehe. Und bei LCX haben wir eben nicht irgendeine Katze, einen Hund oder sonstiges oder irgendein fancy Produkt, welches angeblich da ist. Nein, wir haben ein Produkt, welches schon genutzt wird. Und das vor allem von Institutionen und von Banken. Und LCX ist für mich eines der Projekte, welches auch nach dem Bullrun auf jeden Fall existieren wird. Viele Projekte werden im nächsten Bullrun extrem hypen, danach aussterben. LCX ist meiner Meinung nach eines der Projekte, welches wirklich long term im Kryptospace Fuß fassen wird. Und mit gerade mal 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung ist das nichts. Ich habe mich schon mal dazu geäußert, dass ich persönlich generell Kurse von 25 Dollar bei LCX in Zukunft realistisch ansehe. Vielleicht nicht im nächsten Bullenmarkt, weil LCX ist bei weitem kein Hype-Projekt. Leider. Aber ich habe mir trotzdem gesagt, rein als Anwendungsbereich sehe ich LCX als sehr gewinnbringendes Projekt. Und vor allem, da auch der ganze Bereich Real World Assets immer mehr Hype bekommt, kann LCX davon ebenfalls profitieren. Weshalb ich mir gesagt habe, ich werde jetzt nochmals bei LCX nachlegen, weil die liefern einfach ab. Die geben hier dauerhaft Updates, es kommen weitere Produkte und die arbeiten an der Plattform und es bekommt gefühlt kein Mensch mit. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil dieses Projekt einen unfassbar krassen Mehrwert gibt. Ja, aber das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, der ideale Beweis dafür, dass am Kryptomarkt andere Gesetze herrschen und eben nicht die reine Anwendung. Nächstes Projekt, ZKML. Ja, ZKML hatte ich hier auf YouTube auch schon im Mai einmal erwähnt. Ich hatte das damals nämlich hier auf Patreon als Buy Alert rausgehauen am 7. Mai bei einem Kurs von knapp 15,6 Cent. By the way, wenn du dich dafür interessierst, welche Projekte ich so kaufe und auch wann ich sie verkaufe. Und in der Videobeschreibung findest du einen Link zu Patreon. Dort teile ich das Ganze in Echtzeit und erkläre das auch darüber hinaus, warum ich in die Projekte einsteige und warum ich sie verkaufe. So, und ich habe nach diesem Buy Alert das Ganze hier auch einmal auf YouTube geteilt. Am 14.05. da stand ZKML bei 14 Cent. Also, wer damals diesen Call mitgenommen hat, ist jetzt aktuell auch im Plus. Ich hatte persönlich auch schon Profite genommen bei ZKML, um genau zu sein, hier bei 32,5 Cent. Warum? Weil da hatte es einen extremen Hype rund um das Projekt gegeben, gerade auch durch Alex Becker. Deshalb habe ich auch gesagt habe, dass ich erst wieder in das Projekt selbst einsteigen werde, wenn wir mindestens 50% korrigieren. Diese Korrektur fand auch statt. Ich habe trotzdem noch mal gewartet, ob wir nochmals zurückkommen. Und daher habe ich dann gesagt, ich steige jetzt nochmals in ZKML ein und investiere nicht nur das, was ich hier abgesichert habe, sondern habe sogar noch ein bisschen mehr obendrauf investiert, weil ich einfach merke, dass derzeit mehr Leute von diesem Projekt sprechen. Insbesondere auch Alex Becker und auch andere englischsprachige YouTuber fangen an, hier von diesem Projekt zu sprechen. Und an der Stelle auch mal ein dickes Shoutout an den David von Kryptofamilie, der hier vor 11 Tagen dieses Video zu ZKML aufgenommen hat. Sehr, sehr detailliert. Also Grüße an dich, wenn du das Ganze siehst. Ich bin mir sicher, deine Community wird dich darauf aufmerksam machen, dass ich von dir hier spreche. Also auch an euch. Zieht euch dieses Video rein. Super gut erklärt. Und ich finde, man sollte sich sowieso gegenseitig unterstützen, weil am Ende des Tages verfolgen wir alle ein gleiches Ziel. Also geht gerne hier auf seinen Kanal, guckt euch dieses Video an, lasst ihm auch gerne ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Sagt, ihr kommt von mir und zieht euch das Ganze rein, denn ich habe wirklich kein anderes so detailliertes Video auf YouTube gesehen wie von ihm. Und daher wollte ich das Ganze hier mal auf Ehrenbasis auch mit in das Video reinnehmen. Aber ZKML habe ich, wie ihr gerade auch schon gesehen habt, hier ebenfalls auch nachgekauft. Nächstes Projekt ist SUI. SUI habe ich aber etwas anders nachgekauft, als man normalerweise denken würde. Werde ich gleich auch nochmal erklären. Ich habe SUI damals hier auf YouTube sogar mal vorgestellt. Ja, SUI stand damals, ich meine bei 1,13 Dollar. Dort war die Supply noch wesentlich schlechter als jetzt. Der größte Token-Unlock ist auch schon geschehen. Und der Kurs pumpt hier extrem. Und man sieht auch hier auf YouTube, sehr, sehr viele Leute berichten über SUI. Gerade auch im deutschsprachigen Raum sprechen hier sehr, sehr viele über das Projekt. Und ich habe mir persönlich gesagt, okay, SUI möchte ich nicht in mein Main-Portfolio aufnehmen, sondern ich möchte das Ganze traden. Und demnach habe ich hier einen Trade eröffnet bei 89,3 Cent, ein Swing-Long-Trade. Das habe ich auch im letzten Bullrun bei einigen Projekten gemacht. Normalerweise nutze ich das bei High-Caps, weil es dadurch einfach möglich ist, dass ich meine Margin nach einiger Zeit auch wieder rausnehmen kann, indem ich den Hebel erhöhe. Aktuell ist der Trade auch wunderbar im Profit. Und ich handle das weiterhin und habe jetzt meinen Stop-Loss auch schon im Profit. Das heißt, ich kann hier nichts mehr verlieren. Und wo ich das Ganze handle, ist auf BitGet. Kann ich an der Stelle auch nur jedem ans Herz legen, sich BitGet mal genauer anzuschauen. Und in der Videobeschreibung findest du auch einen Link dazu. Wenn du dich über diesen Link registrierst, sparst du dir sogar noch zusätzlich 15% auf alle Trading-Fees. Und du unterstützt zusätzlich auch meine Arbeit, denn ich bekomme einen Teil der Trading-Fees, die du normalerweise an BitGet zahlen würdest. Und ich nutze BitGet tagtäglich und wie gesagt, habe ich jetzt hier ein Trade bei Sui eröffnet, weil ich denke, dass wir hier auch noch viel mehr Upside sehen können. Ja, gerade weil Sui auch von so vielen Influencern gepusht wird und auch darüber hinaus ein gutes Projekt ist. Ja, die Konsole kommt demnächst raus. Aber wie gesagt, ich habe mir gesagt, okay, Spot möchte ich jetzt Sui nicht unbedingt kaufen, aber traden, das sehe ich als sehr, sehr geiles Projekt dafür. Genauso bei ganz, ganz vielen anderen Altcoins, bei denen ich das jetzt in nächster Zeit sehr wahrscheinlich auch noch machen werde. Sowieso meine persönliche Empfehlung allgemein, ja, no financial advice, do your own research. Aber ich finde, es lohnt sich, gerade in bullischen Phasen, neben den Spot-Käufen auch Hebel-Trades bei dem ein oder anderen Projekt aufzubauen. Und wenn man sich hier bei BitGet das anschaut, man kann so viele Altcoins hier mit Hebel eröffnen. Der Vorteil ist, man investiert einen Betrag X, beispielsweise du machst einen Trade mit 10.000 US-Tollar auf, mit einem Einer Hebel. Du hast erstmal kein Verlustrisiko, ja, also es nennt sich No Burst, also diese Position kann nicht liquidiert werden. Und wenn diese Position dann in den Profit läuft, dann hast du die Möglichkeit, den Stop-Loss in den Profit zu ziehen und deinen Hebel zu erhöhen, wodurch du deine Marge wieder rausnehmen kannst und diese für andere Dinge einsetzen kannst. Finde ich bei einigen Altcoins eine sehr, sehr coole Strategie und wie gesagt, lohnt sich auch meiner Meinung nach, bei Spot-Käufen ebenfalls durchzuführen. Ja, also das noch zum Projekt, welches ich ebenfalls in mein Portfolio, in Anführungszeichen, aufgenommen habe, aber eher in mein Trading-Portfolio. Also das war's, so erstmal zu den Projekten, die ich persönlich nachgekauft habe. Lasst mich gerne auch mal in den Kommentaren wissen, welche Projekte ihr so in den letzten Tagen nachgekauft habt. Und zum Abschluss des Videos kommen wir jetzt natürlich nochmals zur Auslosung des letzten Gewinners. Ich habe mir auch hier wieder alle Kommentare gezogen, habe hier auch die USDC auf meiner Wallet bereit. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, wir ziehen den nächsten Gewinner. Und das ist an der Stelle Tom in 9DI. Achso, vergessen. Okay, du hast schon einen anderen Kommentar gesetzt, aber gut, dass ich jetzt diesen gezogen habe. Ich schicke dir die 100 USDC und ich hoffe natürlich, dass du daraus etwas machst und diese natürlich ordentlich vervielfachst. Die 100 USDC sind demnach raus an dich. Wenn du das nächste Mal auch dabei sein möchtest, ganz, ganz einfach, gib dem Video ein Like, lass ein Abo da und schreib einen netten Kommentar mit deiner persönlichen Solana Wallet Adresse. Und dann bist du in der nächsten Auslosung morgen mit am Start. Wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne eines dieser beiden Videos an. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns morgen im nächsten. Peace. Ciao, ciao.